Tomloss schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Elan-gesteuerten Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus. Irgendwer wollte mit mir hochgehen, danke. Wir hatten gerade eine Trim-Preview wieder kurz, drei Jungler. Wo ich mir dachte, mach mal nicht. Hat der gerade extra gewartet, dass ich mir Clowns wollen und das ist ja noch nicht. Das bräuchte ich bitte. War dir egal. Wieso, warte mal. Ich glaube, Franz Vivaldi hat es bekommen, was eine gute Sache ist. Ne, Junge. Er ist schon weg, wieso sehe ich das nie? Da haben wir uns überschätzt. Ich dachte aber, vielleicht haut er auch mit auf das Griffel drauf. Das war schlecht von uns beiden. Das gebe ich absolut zu. Auch nicht geil. Und die Bienen sind da. Nein, wir müssen erst die Bienen holen. Wir müssen erst die Bienen holen. Dann hole ich einfach kurz drei alleine. Vier. Alleine. Alleine. Die lasse ich nicht entwickeln. Okay, werde ich schon. Ich will was dafür tun. Das konnte ich ihm nicht geben. Das war zu gefährlich. Lass ihn mal runtergehen. Nicht sicher, ob das Ding gerade wert war, aber jetzt kriege ich auch das Schnauze. Bitte nicht. Renn doch einmal. Ich nutze das, ne? Cool, danke. Ich glaube, ich habe da noch was gesehen. Das ist mega schlecht. Natürlich kommt dann der Jungle und zu uns kommt uns mal nicht. Ist auch okay, aber für uns gerade unpraktisch. Wir werden halt sehr nutzlos sein. Ich gehe gleich runter. Die haben sowieso oben geschafft. Wir haben uns jetzt Dreadnall. Macht er auch. Wir sind mal ein ganzes Team unten. Dass das überhaupt geht. Da habe ich Ding verkackert. Könntest du das nicht den Gegnern geben, bitte? Wir kriegen das hin, ohne dass ihr mächtig reinscheißt. Oh, fuck! Das habe ich wieder nicht gesehen. Und deshalb nicht die Two-Shot-It. Egal, den Satz der Aura macht, was vernünftig ist. Unser Fedinara war... Ja, in die Huhlehane. Ich habe nicht erwartet, dass da jemand im Busch ist. Warum habe ich das nicht erwartet? Weil ich ein bisschen dämlich bin. Und dann merke ich gerade, die ganze Zeit ist oben einfach einer gewesen. Bedeutet... Du hast kaum Leben, ne? Das ist eine ganz schlechte Idee. Danke. Was machen die da oben? Nicht so sehr helfen. Frosch! Das wäre super geil, wenn wir schon Rotan verloren haben. Vergiss es. Ich schwäch dir da dann. Dann müssen wir im Late-Game holen. Und da sind die letzten drei Versuchen auch immer super gegangen. Von dem habe ich da gerade gar keine Bedenken. Ich will das bitte killen. Ich weiß nicht, ob ich einfach hätte leveln sollen. Ne, mach doch mal bitte nicht. Jetzt lockt ihr die hoch oder was? Ich habe schon gesagt, gelenk das kriege ich nochmal hin. Wieso rennst du da rein? Das ist unpraktisch. Kinder. Mit Freundeskinder. Renn. 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 Töne es! Oben sind gerade drei. Wird das was? Ich. Hunde mir ganz kurz den Dschungel. Weil es ist einfach wichtig, dass wir leveln kommen. Genau, wird das nicht alleine geschehen. Komm. Ja, er hat auch den. Ich könnte wahrscheinlich versuchen, Rotom abzusnacken, aber jetzt ist es zu spät. Jo. Hätte ich gleich hinrennen können, hätte ich eine Chance gehabt, aber... Rennen. Nicht zurück. Schon wieder an ihm. Ich mache das aber auch nicht sonderlich gut. Was? Du musst... Schon wieder die Ulti. So. Jetzt rein. Wichtig und dringend. Abso, schon weg. Ich habe noch nicht geschossen. Gott sei Dank, ey. Ich dachte, wir sind so im Crossfire. Verstehen Sie? Nice. Nice. Flöre, flöre, flöre. Eine Sache haben wir geschafft. Wir müssen... ...immer noch strugglen. Und leveln. Bestenfalls nicht unbedingt jetzt zu fortschtern. Beim Felinara könnte es gerade ziemlich gut gehen, von leveln her. Weil es den Dschungel geholt hat. Zwischendurch. Aber jetzt lassen sie sich wieder alle killen. Die farmen halt auch an den unmöglichsten Orten. Und lassen sie sich dann abfarmen. Mehr kann ich nicht machen. Nutz das Gift. Danke. Ich spawne noch davor, das ist gut. Sie hat mit ihrer Ulti das abgewehrt. Absurd hat keine Ulti. Und vielleicht kriegen wir den Heiler raun. Absurd wird auch das vielleicht nicht hinbekommen. Ja, 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 ja. Hoffen ist ein Absurd. Naja. Ja, ja. Ne, ich hab das sterben, wenn es genehm wäre. Muss man nach oben. Du bekommst euch ruhig weiter gegenseitig. Ne, krieg ich nicht durch. Egal, wir sollten gewonnen haben. Oben ist wichtiger, sofort Ding aktivieren. Ich weiß nicht, ob das Lead gerade noch kann, bevor er abgeht. Nein, lass ihn doch nicht nach unten gehen, jetzt! Warum? Wir hätten fast gewonnen. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil ich konnte nicht abgeben. Ich weiß nicht, wer also abgeben konnte. Nein. Direkt. Kinder! Ich glaube, wir haben verloren. 5, 4, 3, 2, 1. Zeit ist ab! So ärgerlich. Kann ich mir kaum vorstellen, dass wir das geschafft haben. Ne. Oh! Ich konnte nicht durch die Mitte gehen, weil mich das sicher gekillt hätte. Und oben wurde ich halt auch sicher gekillt. Was hätte ich am Ende anders machen können? Sofort zurück? Mit 50 Punkten, wenn Zapdos aktiv ist. Das ist halt auch... Naja. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch ein bisschen positive Werten. Kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Töner sind alles. Bis dahin. Bye-bye!